Hey, we want a party! Vlogging time! Leute, morgen ist es wieder so weit. Das Frauenfeld startet wieder. Ich habe keine Ahnung! Wir sind am Packen und ich bin überfordert mit dem Wetter. Was ist meine eigene Packliste? Das ist Helbi. Helbi, bist du traurig, wenn wir gehen? Ich muss meine eigene Packliste anschauen, die ich geschrieben habe und jedem geholfen hat. Aber irgendwie mit dem Wetter. Regnet es? Regnet es nicht? Ist es kalt? Ist es warm? Ist es beides? Was? Machen wir? Wir sind da, schon mal so ein bisschen ready. Das ist dumm. Hier alle Sachen, der Noah ist schon viel weiter als ich. Ich gar nicht. Ich bin noch am Verarbeiten, dass Holland Mund spielen muss, Mann. Ich habe genau das. Das kann schon gut, ich muss einfach ein bisschen... Mann, soll ich die Gummistiefel mitnehmen oder nicht? Wir sind on the road und ich mag jetzt schon nicht mehr. Ich bin genau bis zu der Busstation gelaufen und ich bin mir eins am abschwitzen, Leute. Das kann ich dir gar nicht vorstellen. Der Rucksack ist so schräg. Egal, let's go! Also, ich habe jetzt nicht mehr so viel gefilmt, weil es war recht anstrengend. Wir sind hier nahe. Wir sind am aufbauen. Wir haben hier einen Helfer. Schleif. Hier vorne ist der Aron, der G. Den kennst du schon von der letzten Flagge. Der ist am Vierteln wieder. Hier haben wir gefunden, wir sind mal patriotisch. Endlich kann ich mal die Riesenhuhe verdammte Flagge brauchen. Mal schauen, ob sie arbeiten heute, gell. Ich gebe euch dann ein Update. Wo ist der Nachfahrend im Bier gekommen? Sind sie am Zweifelstand? Am Brillieren. So sieht Liger aus. Es hat immer so ein paar Sachen, aber in Mass. Also in Mass. Baby-Bär. Baby-Bär ist auch krass. Die hier oben gerne gross. Sie sind gross. Ja genau, die haben gross. Sie sind krass. Es regnet. Ich sitze im Zelt. Ich habe Zeppelt. Ich habe mich abgeschminkt. Ich habe meine Haut. Creme und alles. Meine... Wie heisst das? Night-Routine. Durchgezogen. Und bin recht sät. Ähm... Holland hat es nicht geschafft. Haben wahrscheinlich inzwischen alle mitbekommen. Wenn ich das Pause habe, war es wahrscheinlich auch schon das Finale. Dann wissen wir, wer gewonnen hat. Aber jetzt sind wir noch am Mittwochabend. Säge Walla. 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 Es ist genutzt worden. Es sind zu wenig Konzertfilme. Also mache ich das jetzt. Hat es noch Greenslack? Aber mein Traum ist klar. Warte, hab uns Tage nicht genannt. Ich wohne kurz um zum Dach und Benzin und Ruch. Ah, ein Studiumkoll. Was machen wir? Was wir jetzt machen? Ja. Wir sind da bis am Trinken. Was machen wir nachher? Wir warten eigentlich auf Pasha nimmt sozusagen. Es ist gerade sexy in red. Sexy red. Heisst sie so? Sexy red. ey sie so? Ja, denn wir sind dann auch Study. Wie haben sie schon wieder? Weil du ihn schon wieder singen. Ohne dich, du hättest ein kuren Sohn. Bein muss kommen, wenn sie die Schönlinge sind. Meine Stimme ist jetzt schon gegangen. Ich kann noch nicht mal die Leute sehen, die ich will. Also Shirin David ist noch nicht gekommen, Crowe ist noch nicht gekommen, Nicky ist noch nicht gekommen. Wir laufen jetzt zum MAC-Stand. Es gibt jetzt ein Make-up, ein Fullface-Make-up. Ich mag nicht mehr, das sieht scheiße aus. Ciao, Jones, bis nachher. Bei Jones geht jetzt Skaten. Ich hoffe, das hat Platz. Ich bin jetzt noch geschminkt, die im Hintergrund läuft. Faden ums Check. So, und das ist das finished product. Zeig mal dein. Sleigh. Sie hat noch die Tasche bekommen, wenn du für 30 Std. schminken lässt. Das ist voll fest. Ja, kannst du so Sachen ausfüllen. Ich habe auch noch bekommen. Hast du auch noch die Glitzscheibe bekommen? Hey, die habe ich noch bekommen. Evo, look, du bekommst die Leiter hier. Ich habe noch einen Eyeliner auszucht oder den Taschen auszucht. Und ich habe noch ein Fächer bekommen wegen dem Steinchen-Make-up. Irgendwas hat sie gesagt. Ich bin happy, jetzt bin ich wieder fresh. Es geht schon mal. Wir sind fit am Zug, mit Fabian. Aber jetzt hängen alle zusammen. Ich schalte heavy. Von den Pommes. Die sind aber lecker. Unser Pavia ist runtergekehrt und dreht sich auf. So, ein Update. Ich bin wieder geschminkt. Ich habe mich geschminkt. Ich habe einen Merch gekauft. Ich habe Crow Merch gekauft für 100 Franken. Alicia hat sich auch geschminkt. Ich habe ihn auch gesehen. Aber jetzt hat sich so ein Risotto gegönnt. Und Käse Spitzel. Das ist wirklich geil. Ich sage euch, wie süß das ist. Es scheitert schon beim ersten Mal. Das erste Zelt, das wir zusammenpacken müssen. Ich kann das Ding halt. Wow, so kissed. Oh mein Gott, das ist ein schönes Mube. Wir wollen Party. We want to party. Hey! Ein Zeimel läuft. Das Leben wird und es macht. Es ist Sonntag, 14. Juli. 35. Ich konnte mich gestern nicht abschminken. Wir sind beide Sickcoder. Noah und ich. Wir sind zusammen zusammen. Und das wäre es eigentlich gewesen. Von Frauenflag. Alter! Das ist das Problem, das ich habe. Darum gehen wir nach Hause. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Atemlos, altes Mann, deine Augen sind die Staten. Atemlos, durch die Nacht, für euch noch in deinem Weg.